Also ich finde, in Halle zu wohnen ist auf jeden Fall relativ angenehm. Ich wohne jetzt seit ungefähr zwei Jahren in Halle, aber auf der anderen Seite sehe ich es auch problematisch, wenn die Leute, die in Halle wohnen, einen einseitig positiven Bezug auf die Stadt nehmen, weil den gibt es auf jeden Fall nicht. Wenn ich einfach mal mit Leuten durch die Straße laufe, von denen ich weiß, dass sie nicht ins Normbild der Stadt passen, sprich irgendwelche Panker oder sei es Menschen, die sich Freizieger anziehen oder nicht dem Geschlechterbild entsprechen, dann wird man halt auch schnell angepöbelt, wird als, wenn man nicht angepöbelt wird, so angeguckt, als ob man ein Aussätziger wäre, als ob man einfach nicht in die Stadt gehört. Also sprich dieser doch schon eher auslutschte Begriff von Weltoffenheit, den vermisse ich dann doch schon. Und das war es heute mit den Mediennachrichten hier bei Radio KURAX. Und weiter im Programm geht es hier...